So, hallo und willkommen bei mir im Channel Supergabe LP. Ich bin es mal, der Supergabe und heute gibt es dann wieder eine neue Folge von Shadow of War. Beim letzten Mal haben wir uns ja vorbereitet auf die Belagerung der Festung und diese Folge wird jetzt wohl so weit sein, dass wir die Festung belagern können. Gucken wir uns nämlich noch an, was haben wir denn da noch zur Verfügung. Mein Angriffsführer ist tot. Oh. Oh. Okay, never mind. Ich habe einen Angriffsführer zu wenig. Das ist natürlich nicht gut, weil... Ach ja, Flak ist ja gestorben. Oh, das ist, das ist, das ist natürlich unlucky. Da müssen wir natürlich doch erst... Hm. Da müssen wir doch erst noch einen Ork finden, den wir dann einnehmen können. Wie wer ist, ich mache da schnell die Mission hier. Wie ist das? Da, da. Dann, ha, stärk auf. Nein, 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 nein. In welche Richtung ist das dann? Also, es macht kein, okay. Gut, dann. Na dann, Karagor. Let's go. Das da rauf. zu dem zu Urli sagt der Auspatcher und soviel zu, ja der Karago kommt eh echt hier hoch ich dachte es wäre zu hoch oder soviel aber anscheinend nicht, anscheinend juckt es ihn überhaupt nicht Karago ist echt viel schneller, so, ciao Karago gegen den unbekannten Hauptmann, ja den nehme ich ja den unbekannten Hauptmann wer das ist, ja wer bist du denn? wir heißen die guck Froschblöd richtig motivierend eh ähm gut dann boom was? der hat grad meine Dings der hat grad meine Execution komplett denied hat meine Execution denied wohl? kann dieser O-Lock sterben? hallo ne 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 lass mich in Ruhe ja 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 ich bin ja da ich bin ja da ich bin ja da mit kein Problem, keine Sorge hat der den nicht grad attackiert? kannst du mich in Ruhe lassen? kannst du mich in Ruhe lassen? ach dieses kackfeuer mal ohne nein das kackfeuer täte dir die ganze Zeit das kleine feuer was da unten liegt genau das genau das das hier hier von der Leiche da das bringt dir nimmer zu Fall das äh mnol ja ja das ja das ja warte warte ist er jetzt mein gegner oder mein freund das ist mein kumpel naja das ist mein mit ich bin nicht leicht überfordert der tete bei euch geht die ganze immer noch down und er ist gebrochen komm her yes rekrutieren okay rückzug flug mann flug will come back flug holy moly dieses kackfeuer man das ist so boosted ich ohne spaß hier stehe wieder auf weil wir ein feuer soll hier noch sein einmal was eingezündet was sony dass die da hast du flug glaube ich ich dachte mir schon was dienst du jetzt im feuerloard oder wie ist das aus flug ich will das ding ist wegen wegen diesem feuerfest kann ich nie richtig anzünden nicht anzünden sondern attackieren ich angepasst was ich lasse ich lasse gleich verrecken so weitergeht meister meister weißt du wie oft ich der maße schon wieder überlebt hat man schön dass du feuerfest ist aber nicht pfeife ist ja nimm das warte mal kurz komm mal her du komm mal her komm mal her ich kann den nicht snacken hä wieso nicht so kann ich den nicht greifen äh was ich jetzt machen hm jetzt bin ich grad verwirrt ich weiß nicht was ich machen soll nein du kommst jetzt wieder her so machen wir jetzt nicht so troubles man komm her ja geht doch hast du das problem geh verpiss dich du bist ein hund da den kannst du schlucken man alter ursache der auspeitscher wie useless bist du aber trotzdem brauche ich ihn oder brauche ich ihn noch ich meine ich habe jetzt froschblut ja ja aha frucht vergift ja eigentlich eigentlich würde ich mal sagen dass ich na aber sonst drei reichen drei reichen sonst gibt es wieder hier sehr viel sehr viel komische dinge die dann passieren so wo ist denn der andere froschblut ist da und hier wo ist nämlich hier mein 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 feuer boy wie hast du nochmal ähm der 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 ah wie wer ist denn der jetzt nochmal wo ist denn der jetzt überhaupt ach gott ich verpiss mich jetzt nicht das ist mir viel zu viel viel zu viel anstrengung hier auf einmal da runter gut ah meh und wo ist jetzt der feuer äh wo ist jetzt mein eigentlich mit feuer boy hier wer ist das keine ahnung ich hab seinen namen vergessen aber der ist nicht mehr unterwegs unter uns hier rock die lawine der geniale eisenhort nee nee mhm muse der abhäuter rome torwächter der offensichtliche froschblut hitzkopf zartra der hörnende herrscher der ist ja nicht dabei wenn der neu aufgestandene äh dings wollen nicht aber gut dann nehme ich froschblut so passt gut dann graben wir die festung an los geht's grau gejagt lächerlich ich bin gerade dabei eine festung anzunehmen was hier grau gejagt boom sind sie das drachen ne da sind keine drachen da sind keine drachen evermind na los geht's also die sprengmasse sind sogar bei die italien die italien die italien dann die 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 Wir haben keine Angst, denn nachdem wir uns in den Boden stammt, werden wir uns alle zurückgehen. In diesen Wurzeln bekommen wir Sauron's wunderschön. Seine Wurzeln sind wunderschön und kriptische. Sie werden unsere Mühle und sie zerstören Sie. Das war gut. Go 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 Unsere geilen Belahrungsbestien hier Äh ok Oh du, was hier alles abgeht Oh mein Gott So, dann erobern wir mal den ersten Punkt Haben wir da aber schon, ne? Ein Vier Bam Oh, na dann, oh massiv Der blut ist schon wieder, mann Der blut ist schon wieder, mann Der ist so low Der hier Der ist so low Holy Macaroni Bam Punkt 2 erobert Was? Ku-ga Ku-ga Gut, dass mich keiner von denen verraten würde Traininggrounds Habe ich D schon erobert, oder? Ne Aber hier soll ich das erobern Ah ok Sehr öö Hä? Und jetzt? Was hat es gebraucht? Achso, achso Ok ok Ich werde attackiert Sehr schön Mhm Ja Ja Dieser Boost von dieser Flaggen Von Flaggenboy Ist halt echt Not bad Kriegt er überhaupt Schaden? Ok Ok Aber ja, ich muss den jetzt extra Ich muss den hier wegmachen, ne Geils Na gut, solange er nur alleine ist, dann passt das ja Entzündet durch Hinrichtung Entzündet durch Hinrichtung Das ist nichts Ihr Mädchen sind jetzt in für's Na Ja Ja du Mets Bam So wird so entzündet durch Hinrichtung, ne Bam Und dort Doch nicht dafür? Ah, ist hier wieder entzündet Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott So Erschossen Oh, Kopftreffer sogar Ah, gut Äh, was ist da jetzt los? Wer blutet denn schon wieder, hm? Ich glaube ich kenne nur einen Der wieder am Boden liegt Ach, ne Ist das immer noch Oh, dann kommen wir noch hier Dann kommen wir noch Dann kommen wir noch Oh, Naruk Oh, ich liebe ihn Infiltraten und beträgen Oh, ich liebe ihn Oh, ich liebe ihn Infiltraten und beträgen Aber ich hoffe nicht, dass sie mich bedrohen haben Also nicht bedrohen, sondern verraten haben Wie verdammt ihr in der Saurons Fortress? Oh, wir sind extra angefangen, wenn man zu brennen muss in der Hand genommen Oh Gott Verrät den Oberherrn Oh, das sind halt Bist ein paar gute Gamesschreiber, würde ich sagen Aber gut Äh, bitte Blut Holy moly Wo kommen die ganze Pärle hin? Oh, es ist auch ein Mann. Es ist auch ein Der Schuss sicher? Oh, nice. Oh, oh. Feuer. Oh, ist gebrochen. Oh, nice, 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 nice. Oh. Ey, 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 guys, 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 wo ist denn hin? Er ist beschusssicher. Oh, Gott. Er ist beschusssicher und ich habe einen, der mit, der auf Ranges ist. Hä? Was macht der? Was hat der vor? Oh. Just let me go, Ranger. I'll let you leave this fort, like nothing happened. Ah, nice, mate. So, machen wir das. Nice. Bam, Tuhun, der geleert ist dann. Restung eingenommen in acht Minuten. Also, ich muss sagen, es ist viel einfacher, wenn man Leute hat, die, die den Oberherren verraten können. Hm, hm. Ja, es ist ein neißer Kopf, du. Klop. Hm. Die Begriffe ist unsere. Vierge sie! Sauron schlägt vor uns. Wir haben seine Fortressen genommen und gemacht sie unsere eigene. Jetzt, wir stehen auf der sehr geschenksten der Geschichte. Nur eine Konkretung bleibt. Und Mordor wird unsere. Hm, okay. Anfestung, oh, wo hat Oberherr besiegt. Ja, easy. Du hast sehr groß der Ober. Nice. Nice, nice, nice. Zum Oberherr befördern. Wen machen wir denn zum Oberherr, du? Äh. Kruger, der brennende, was? Von den brennenden Flügeln. Nahrung der Würm. Nee. Grob, Froschblut. Der Meuchler. Hm, Garl, der Geniale. Nee, ich glaube, Chrom, der Torwächter. Ja, komm. Oder? Furcht vor Hinrichtung. Das ist nicht so gut. Das ist echt nicht gut. Aber er hat diesen Campus Bonus. Das ist wichtig. Machen wir ihn einfach hier. Machen wir ihn rein, komm. Hallo, Spiel? Okay. Hat wohl ein bisschen gebraucht. Wohl ist er im Oberherr befördert. Okay. Okay. Nice. Wir haben eine Festung. Ähm. Charakter? Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Was kann man da jetzt drauf machen? Äh. Eissturm. Ein Eissturm. Ein Eissturm. Hm. Das ist eigentlich echt cool. Aber nee. Giftwelle. Winteratem. Reinende Glut. Reinigende Glut. Machen wir Feuer. Ah, Gift. Gift ist eigentlich gar nicht so bad, muss ich sagen. Schafssicht. Was ist das? Gedankenspiel. Beherrschen wirkt schneller. Jo. Jo, Jo. Ist gut. Herzblut. Gäste und Zorn. Nee. Volksleute. Herzblut. Oh. Okay. Äh. Herzblut. Äh. I don't know. Ich weiß nicht. Äh. Da haben wir eine Eisene Grausamkeit. Da haben wir die ganzen Sachen da. Tödlicher Geist. Das. Oh. Okay. Erhält eine zusätzliche letzte Chance. Ja, machen wir das. Falls ich mal ein bisschen am verkacken bin, kann ich ja immer noch meine extra zusätzliche Chance haben. Gut. Online Kampfgruben und die Kampfgruben maden. Entzählende Gefolgshalte in die Kampfgruben, damit ihr Einfluss und Ruhm ernten. Erntet, falls ihr überlebt. Einmalige Belohnung, einfertig. Fähigkeitspunkt. Das ist eigentlich echt nicht. Echt sick ein Fähigkeitspunkt dafür. Dafür zu kriegen. Oh, dann haben wir die Festung jetzt erfolgreich eingenommen. Gucken wir uns die mal an. Hier, Armee. Äh. Belagungsverbesserung. Hier können wir alles entfernen. Hier haben wir keinen Angriffstrupp, sondern... Wir haben ja einen Verteidigungstrupp. Oh. Halt Häuptling, Häuptling. Und? Äh. Oh, an der andere. Ja, du. Du, 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 ja, du. Du. Oh, ich kann sogar noch einen. Nice. Machen wir einfach noch einen. Bam. Unsere hier... The latest updated Festung hier. Oh, zack. Boom. Ist das Steinmauern. Okay. Hat nicht viel gebracht letztens. Stärkte Steinmauern. Metallmauern. Ach so. Das ist die einfache Form, oder wie? Eisentore. Äh. Feuerspeier. Giftspeier. Ah. Wildenhort. Schildträger. Jägerhort. Schildträger sind immer wert. Sind immer gut. Feurige Belagerungsbestien. Giftige. Verfluchte. Giftige Belagerungsbestien natürlich. Und hier. Kriegskraugus. Willenfeuer. Hoho. Alles cool. Und das? Kriegskraug. Ja, dann nehmen wir wohl das. Wats. Easy. Und natürlich einfach mal Steinmauern. So. Meine Festung sieht nice aus. Ganz gut eigentlich. Vielleicht können wir auch Positionswechsel machen und so weiter. Ja. Passt. Gut. Wir haben die Festung erfolgreich eingenommen. So. Was ist das? Ist das da unten? Ein Graug? Der auf mich wartet. Oder wie? Aber ich habe eine Festung, die mir gehört. Yay. Ah, das ist das Feuerding. Glaube ich neu, ne? Glaube ich jetzt mal zumindest. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Aber ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dann beende ich die Folge hier. Von Shadow of War. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.